Hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch die neue Studio-Tweak Welcome Me vorstellen, welches kostenlos in der Big Boss Repo gibt und wie ihr seht, diese ist noch brandneu, da diese erst in Version 1.1.0 verfügbar ist. Diese Tweak ermöglicht uns nach dem Neustart oder nach dem Respring unseres Geräts, also wenn unser Gerät neu angeht, eine Willkommensnachricht zu bekommen. Also voreingestellt ist hier dann Welcome Me erstmal. Thanks for installing Welcome Me. Configure the Message in Settings und Dismiss. So, wir gehen jetzt auf Dismiss und entriegeln das Gerät und in den Einstellungen, wie es gerade schon dort stand, können wir das dann einstellen und einfach hier unten bei Welcome Me. Dürfte eigentlich allen bekannt sein. Dann können wir hier oben eine Nachricht eintippen. Ich nehme jetzt einfach mal Hallo. Willkommen auf deinem Gerät. So, das kann ich jetzt hier hinschreiben und dann Enter Button Name. Können wir dann, also um das wegzuklicken, gebe ich jetzt einfach mal hier wegklicken ein. So, dann habt ihr hier noch so ein paar Infos zum Entwickler. Ist aber nichts Wichtiges dabei. Wir respringen einfach mal unser Gerät oder wir können natürlich auch neu starten und ja, respringen. So, nachdem unser Gerät respringt ist, ist sofort diese neue Nachricht reingekommen. Hallo, willkommen auf deinem Gerät und wegklicken. Wir gehen auf wegklicken und das Ganze ist weg. Ja, das ist alles, was diese Tweak macht. Ihr seht, sie funktioniert klasse und ich finde es eigentlich ganz lustig, mal eine Willkommensnachricht zu bekommen, wenn ihr euer Gerät neu startet. Also, downloadet euch diese Tweak ins Video, falls euch sie gefällt. Die ist kostenlos in der Big Boss Repo, wie gesagt, verfügbar. Dann war es das von diesem Video. Ich bedanke mich für das Zusehen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen, damit ihr keine neuen Videos verpasst und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Jailbreak Profi.